hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Galgenberg kurz gucken hier kurz den Überblick verschaffen die sind gespawnt auf der Palette mal gucken wie das klappt so ich glaube ich hatte noch ein Dingsbus im Silo oder was ja das steht noch hier etwas haben wir noch ausladen aber ich habe jetzt diesmal daran gedacht wo haben wir es hier oder Systeme und da ist es vom former Andy das Teil und wir nehmen es in schwarz kostet 15k na kaufen wir mal na jetzt noch nicht, wir sparen erstmal jetzt noch nicht so jetzt hier weiter mit beladen irgendwas kommt damit, im Endeffekt komme ich mit dem Teil günstiger als nämlich hier jetzt mal das Ding mieten muss lange bis wir hier andere Arbeit haben haben wir noch was da von dem Zeug kommen wir das immer her und das war ein bisschen vorne an dem jetzt herzschau jetzt mal ganz kurz gucken eh, die Schafe kriegen wir noch eine Schafe kriegen wir noch rein ups wird der Vorsatz vorne aussteigen so jetzt haben wir die Ecke da weg jetzt in dem Haufen dann ich kann euch mal stehen wenn ich das vorworte und dass ich mich irgendwie hier umschmeiße. Das krieg ich im bloß auch im Sommer ganz gut hin. Gucken wir nochmal, Best Price ist, Village ist immer noch dort, ist immer noch bei mir. Das ist immer noch bei mir. Ich verkaufe das heute in den Ofen und mache wirklich all diesen Ballen. Ich brauche hinten das Ding weg. Ich brauche hier hinten das Ding weg. So. Wieder 3.5 verbind. Ich brauche die Produkte umschlagen. Ich brauche die Produkte umschlagen. Ich brauche die Produkte umschlagen. Oh. Oh. Hmm. Das hört sich nach Regen an. Yep. It's rainy. It's rainy. Oh, there is this. Oh. Oh. Cool. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ausnehmen, Silo fahren, verdichten, gern lassen, ausschauen, verkaufen. Bis dann meine Feldarbeit dazu kommt. Ich kann jetzt schon nicht wissen, was du hast, Spiel. Wenn dabei immer am Meckern ist, muss ich wirklich ein Stück weiter bewegen. Diesmal aus dem Rad, dass das Meckerbereich raus ist. Ach Mensch Katze, das ist gerade ungünstig. Und so wollen, ich so jetzt, ich ne geht noch. Eine geht noch. Eine Schafe geht noch rein. Da haben wir schon nicht verkauft, das Gras. Irgendwo hab ich gelesen, dass diese Karte auch klarerlei fliegen soll. Guck mal, ob ich auch jetzt ne, wo ich das entlesen hab. Irgendein Disco. Hab ich da mal was gehört. Oh, das kann ich jetzt nicht sagen, wo das war, müsste ich nochmal nach Nulln. Das war's. So. Let's go. Nächster Flughafter geht weg. So, wir sind bei 52.000 sogar. 53.000 bis hinweg. Vielleicht 53,000 bis hinweg. Oh, ja guck mal. 1,50 1,50 Oh, doch 53 geschafft Ich nehme mal Grasauftrag an, der an die BGA hochgeht muss ich halt sehen, ich brauche dringendst mehr Kohle da sind nicht alles noch, ich brauche dringendst mehr Kohle mit ein bisschen gewinniger wird ich keinen Blümtopf ich brauche dringendst mehr So, das ist der Ladung 1. So, das ist der Ladung. So, das hat gerade Männchen gemacht. Ich glaube, es gibt auch Tränenlautergewichte, aber ich muss erst mal suchen, wo ich sowas habe. Bei mir in irgendeinem Mod, was man schon drin hat, oder ob ich erst mal im Notbar-Web suchen muss. Jetzt hat es geklappt, jetzt willst du rumzicken. Aber das ist nicht die Felde Englische. So, das ist der Ladung. 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 mit einer Rundzickerei Eine Schaufel passt noch Gucken wir mal, wieviel das noch ist da hinten Ob das komplette Schaufel ist oder eine ganz 2 bis 20% 70% Bunkersilie ist leer Das hätte ich jetzt nie mitgekriegt So, Silo ist leer Alles eingefilgt Jetzt gehen wir erstmal raus Die Miete der Sachen Zurück geben Jawohl Zurück geben Jawohl Und den Adopter geben Auch noch zurück Ja, Schaufel nicht zurückgegeben Sehr genial Ich habe gerade irgendeinen Fehler drin Ich beende aber erstmal die Folge Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne die Däumchen da Denn ich bin raus Ciao, ciao Sagt euer Jaso